hey willkommen zurück wir sind beim final song angekommen im final verse final song cutscene game 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 ich habe schon gespoilert deswegen weiß ich was passiert und habe mir schon überlegt wie ich diese große hürde gleich nehmen werde hoffentlich mal gucken mal gucken was passiert hallo ich habe nämlich fürs timing video dass ich nebenbei ablaufen kann und dann passt das hoffentlich zero zero this is it this is it once the flowers in full bloom you have to destroy it okay 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 Es gibt noch eine Sache, ich muss euch erzählen. Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Let's go. So, ich bin bereit. 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 Musik Pfff nope 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 so dann gucken wir uns jetzt einfach auf auf youtube anwahl dafür habe ich echt keine geduld heute aber ich will das ende jetzt sehen aber ich will jetzt das ende sehen guck check aus wie viel schlecht das auf der playstation 3 läuft wie viel schlecht das spiel auf der playstation 3 läuft da ist sie ab ab tut mir leid dass ich jetzt habe heute keine geduld dafür was bringen wir das vielleicht ist noch was angeben kann sie es geschafft haben kann am anfang ist ja gar nicht so schwer alles am anfang ist gar nicht so schlimm wir haben es bei nieautomata nicht reingemacht dass man das ballastspiel am ende scharfen muss eben nur weiter zu wenn ich mal weiterkommt bing bing fang 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 Musik von Späße gut. Musik ist perfekt. Musik von Späßen. Musik von Späßen. Musik von Späßen. Was auch deutlich besser wäre, wenn es hier auf einen Rücksetzpunkt geben würde. Das 8 Minuten Lied so irgendwie perfekt hinbekommen muss. Musik von Späßen. 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 Das ist so guter Spiel. Danke. Das ist voll hilf, wenn wir es auch so gut annehmen. Das ist voll hilf, wenn wir es so gut annehmen. Das ist voll hilf, wenn wir es so gut annehmen. Ja, ich weiß, ich weiß, Mikael. Ich weiß, Mikael. Okay. 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 Oh. Okay. 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 cool. Okay. Die Tauben sind wieder da. Um sich nochmal zu verabschieden. Das war Dragon Guard 3 Hui, ist das ein schönes Spiel Das ist eigentlich das beste Spiel Nein, das beste Spiel wäre ich nicht Nicht übertreiben hier, aber Ist unfassbar gut Ich kann nicht begreifen, warum Leute damals schlecht geredet haben Es wurde ja absurd schlecht geredet Auch wenn spielerisch manchmal ein bisschen Schwächen hatte Und die Kamera und so Aber ansonsten Die Story ist unglaublich gut Aber Leute haben eben anderen Geschmack manchmal Und vielleicht haben die meisten Leute, die es getestet haben Das viele Spiele auch nicht besonders weit gespielt Wer weiß Das ist gut 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 Und Cornflakes? Heißt die Firma wirklich Cornflakes? Bambu So, das ist der Abspann, danach komm ich mal auch noch was, oder? Natürlich muss ich auch noch den DLC von Zero spielen. Mikaire. Tanaka-Dies spricht von hier. Wann gibt es für mich endlich Drakengard 4? Weil vorhin kein neues Nier geworden, Drakengard 4. Aber das wird glaube ich nicht nach 5 geben, mein Wunsch nach Drakengard 4. Oh, Speedtree, Shoutout, Shoutout, Speedtree. Oh, Speedtree, Shoutout, Speedtree. Und der Joko einfach mal drinnen so. Hallo, ich bin der Joko. Ich bin der Joko. Ich habe hier mitgemacht. Dann haben wir auch ein Rockwitch wieder drauf. Aber ich bin der Joko. Also ich glaube, wenn wir das Spiel nochmal als Rheumig rausbringen würden, überarbeitete Technik. Bessere Kamera. Kein Rugeln und so. Ich glaube, wir können es super verlaufen. Mach das! Mach das! Mach das! Loppt! 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 Und mit dem Ende ein bisschen einfacher vielleicht. Oh, Akkord. Nog nachgår. Nog nachgår. Händover of recording duties complete. Hm. Hm. Shiny. delicade. Da könnte ein bisschen gruseliger gehen noch. Ding, 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 ding. Hallo! Achso, jetzt branche ich das wieder auf und all alles. Ich habe das wieder auf und all alles. Ich werde das wieder auf und all das wieder auf und all das wieder auf und all das wieder auf. Danke, danke. Bitte, bitte. Tschüss. 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 Fuwop. Und das war Drackengard. Oh, ich klippe mal hier zurück zum Spielen, wo ich Game Over bin. Und jetzt sage ich dir, danke, dass du dabei warst. Ähm, das war Drackengard 3. Okay. Wir sehen uns noch im DLC später wieder. Ähm, danke und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.